meine waffe heißt stimme schien die passt zu mir kannst du bauen muss gleich gucken aha wenn ich jetzt hier noch mehr upgrade schalte ich dann die nächsten lackierung freie ah ok verstehe ja genau die lackierung schaltest du noch fallen wir brauchen auch 100 jadits ok dann machen wir jetzt noch 6 miner und dann gehen wir ins bett und dann kann man ja gucken wo man hier jadits herkriegt im pilzmoor gibt es welches glaube für seltene materialien gab es auch einen auftrag am schwarzen brett also im pilzmoor gibt es welchen so kann ich ach man kann die mineralienbörse dann freischalten man musste auch aufträge am schwarzen brett haltest du hier tauschbörse was ist jetzt umgezogen der gute das ist so eine fette rüstung an alter und oder ach weil wir weil wir keinen fass gemacht haben schwarzen schiefern gekriegt weil wir nichts rumgetreten haben wow na komm aber nach acht stunden dieses schiefern zu kriegen ist schon irgendwie witzig aber lustig dass der typ die ganze zeit dabei ist ach ja ist aber cool da stellt sich das auch nicht so dämlich an noticeable gerne da 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 die da 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 dä Alter... Okay, eins ist hinter uns und weg. Bis gleich hier. Ich habe schon mal einen ersten Weg gebuddelt. Ah, ich bin schon am ersten Eil. Oh fuck, das war nicht gewollt. Äh, ne, Charlie. Ich glaube, ich kriege so einen Dreadnoughten mit, Jungs. Hallo. Werden wir gleich sehen. Hier sind so komische Eier, die man quasi abschießen kann. Dann fliegt da was hoch und es explodiert. Und das wird übelst. Der Bordpolizieren sich schiebern, oder? Neu. 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 Neu, oder? Dich, was heißt, mit mir, oder was er da hatte, ey? %. Ich habe vollen gewungen. Äh, äh, warum hat mich der Ding jetzt nicht gesehen? Ach, ich hab... Ich hätte es auch gut gefallen, dass ich das nicht schon nicht zu wohl hatte, wenn ich das nicht verfolge. Sehr schön. Sehr schön. So, das bleibt zu dem Alarm gehen, oder? Bis. Aber, dass das Fählen so weit verfolgt, ist natürlich lustig. Ja. Ne, hä? Geil. Ab, voll aus dem Fall. Da kommt ein komische Nuss, da kommt nicht ein Chorys aus für dich. Keine Ahnung, wo du bist. Ah, ist doch nicht gut? Ah, ja, stopp. Ich schicke ihn mal nicht. Ich sehe gerade der Sturm. Es sieht aus, dass er wieder da hinten rumkommt zu dem, ähm... Anderen Ei? Ja. Ja. Vielleicht doch nicht. Da war oben der Weg, den bin ich einfach langgeworfen. Den hast du schon... Ich glaube, unser Andro-Druck gebrüttelt. Ne, da war ich. Okay, 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 also hier geht's... Ach ja, hier muss das... Wenn wir uns jetzt einfach hier durchbrütteln... Wo drin? Suck on this, you freaking nature! Äh, nach unten? Ja. Da, ich sehe mich nicht. Genau, jetzt hier hin, da. Ja, unser Typ ist schon da. Der hat einen Mühl gerufen, deswegen... Einfach... Schön, dass der Mühl einfach durch die Wand durchgeht. Was? Ja. Okay. Oh, hier ist, äh... Hier ist ein Goldnugget in der Wand, irgendwo. Ja, wohl, hab's. Und bei dir? Oh, ich... Da unten ist ne Pferde. Wo ist der Mühl? Wo sind da noch ein paar Blüten, ne? Ja, bei uns, bei uns, bei uns ist der gerade hier. Aber du kannst ihn ruhig rufen mal, dann kann er zu euch. Ja, ne, ich bin schon da. Ja. Unser Dude hat noch ne Perle gefunden. Hm, ich auch. Ach so, ach du warst das. Ja. Ja, und... Hier ist aber auch noch eine. Okay, fiekeln. Wo ist unser Dude? Ach der ist hier. Ja. Der BAT! Das ist der Wegpunkt! Der Zentrikan braucht Assembling! Geh weg! Ach, also... Das ist der Wegpunkt. Ich bin noch ein... Ich bin noch ein... Oh Gott, Assembling schon. Ich bin der Karte, ich bin der Karte. Ich hab 2x drinsteckt Weiß Was ich gleich zurück Oh nur noch 3 Blüten So Ja, stimmt Lang hier lang Ich hab einer Bis dahin ist schon lang Sehr gut Noch 4 Ich drücke jetzt trotzdem schon mal Wir können den Rest hier dann Ja Ja Die Enden werden da draußen auch noch hinten Jetzt da runter Da war mal schön Ähm, Mirko kannst du da Was denn? Ich muss mich hier oben gucken Der Mule ist zurück Der Mule ist zurück Dropport departing in T-5 Minuten Ich hatte gedacht, dass sie oben vielleicht noch rumdümpelt Okay, dann kommt er nicht Ab, ab Ab 3 Sehr gut Sehr schön Hallo Charly Du bist auch hier Ah, ich bin von A und Seite gekommen Boah, Alter Der Wurm Nein, 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 nein Aua, au, au Aua, au, au Wo bist du, Ocker? Eck hier Ja Ich wollte nicht planen Auf Also Klos Auf Also Dass hier genau schon meine Dings dran ist Dings... Nein, nein, nein Ich hab jetzt das Deckheim von mir ist quasi exakt da schon dran, wo das Ding gesagt ist, wo ist dann letztlich auch größer. Oh fuck! Ich muss an die Seite, kann ich die Kluft abgehen? Aha, der Sturm! Ich komm nicht hoch! Oh, der Sturm ist hier! Ich lass den Kluft abgehen! Endlich kill, da muss ich streicheln! Ach, ach, das ist ein Kumpelkopf! Endlich, das ist viel, was ich sehen kann! Ja, der ist nicht gut, lass mich machen! Du kannst hingehen und streicheln! Ich muss streicheln! Oder der, der, der sogar! Komm nicht rein! Stiee! 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 Das ist mein Stiee! Und die Garten auf den Streifen! Mein Stiee! 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 Hallo Kios! Stiee! 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 Wettel Frut! Ich will meine Rüstung auch rot haben! Ich will Super Mario sein! Stiee! 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 Vielen Dank.